Es ist kein gutes Gefühl, wenn man morgens bemerkt, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde. Sofort fragt man sich, haben es die Einbrecher auch bei mir versucht? Werden sie es noch versuchen? Und wie sicher ist mein Heim eigentlich? In den seltensten Fällen dringen Einbrecher durch die Haustür ein. Eher versuchen sie es an Fenstern oder Balkon- und Terrassentüren, da diese wesentlich geringeren Widerstand leisten und oft nicht so gut von der Straße aus zu sehen sind. Doch gerade diese Schwachstellen lassen sich innerhalb kurzer Zeit beseitigen. Sie brauchen noch nicht einmal neue Fenster. Egal ob Kunststoff- oder Holzfenster. Mit dem universellen Beschlagssystem Aktivpilot von Winkhaus werden diese ganz einfach einbruchhemmend umgerüstet. Nehmen sie Kontakt mit einem Fachbetrieb in ihrer Nähe auf. Der Handwerker wird bei ihnen die betreffenden Fenster und Fenstertüren ausmessen, um die benötigten Beschlagsteile zu bestimmen. Wenige Tage später ist es dann soweit. Ihr Heim wird sicherer gemacht. Zwei Mitarbeiter und eine kleine Arbeitsfläche reichen schon aus. Die Fensterflügel werden ausgehängt, die alten Beschläge werden ausgebaut und gegen neue von Winkhaus ersetzt. Ganz ohne Baulärm und Schmutz wird so Ihr Heim im Laufe des Tages Stück für Stück sicherer. Denn mit den Winkhausbeschlägen erhalten Ihre Fenster rund um stahlharte Pilzkopfverriegelungen mit Sicherheitsschließblechen. Zusammen mit einem abschließbaren Fenstergriff und einem Anbohrschutz machen diese einen Einbruch besonders schwierig. Es ist erwiesen, dass ein Einbrecher sein Vorhaben nach wenigen Minuten beendet, wenn er es bis dahin nicht geschafft hat, in das Haus einzudringen. Ihr umgerüstetes Fenster hat jetzt eine Sicherheitsstufe nach DIN 18104 Teil 2. Optisch ändert sich an Ihrem Fenster übrigens nichts. Zögern Sie nicht und sichern Sie Ihr Heim gegen ungebetene Gäste. Und das Beste ist, die Umrüstung wird sogar staatlich gefördert. Informationen finden Sie unter www.kfw.de